Sekunde! Hallöchen, ich bin der Manni. Bin ich hier richtig zum Porträt sitzen? Ich bin das Aktmodell. Sie sind ein Mann? Ja, es wird zumindest allgemein behauptet. Entschuldigt, aber ich hatte eigentlich ein weibliches Aktmodell bestellt. Ach so? Weil in dem Haushang stand nur attraktives Aktmodell gesucht. Und da dachte ich, ist das jetzt ein Missverständnis? Nicht so schlimm. Kommen Sie rein. Soll ich mich dann direkt mal ausziehen? Wir lassen das mit dem Akt einfach mal weg. Das muss ja auch nicht immer sein. So. Ich wähle dann soweit. Und? Warten Sie, etwas Schminke vielleicht noch. Ja gut, ich mache alles. Ich werde ja bezahlt. Okay. Ich habe es.